Wir sind hier auf dem Balkon der Burgmusikschule Querfurt und wollen heute unser zweites Ständchen für Querfurt spielen. Das erste, das gab es bereits bei Facebook auf der Eselstallterrasse auf der Burg dort hinten zu sehen. Und heute haben wir uns gedacht, nachdem wir endlich wieder öffnen können, heute stehen wir hier und veranstalten das Ganze hier. Unser Saxophonquartett, bestehend aus den Erwachsenen der Musikschule, die spielen uns heute ein Ständchen. Und wir freuen uns sehr, unsere Schüler, die freuen sich natürlich auch. Vielleicht hört auch der eine oder andere zu und ja, freut sich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.